Hallo zusammen, ich bin Leo, das ist Daniel und heute zeigen wir unseren Beruf. Kommt doch mit! Ich mache den Beruf Heizungsinstellateur IFZ. Meine Berufstätigkeit ist Schweissen und Stahlpressen. Besonderes an meinem Beruf ist man abwechslungsweise unterwegs. Man ist meistens draußen auf dem Dach, auf der Solaranlage oder meistens im Keller wegen Heizungsverteilung. Besonderes an der Firma Gendre AG ist, man bekommt Unterstützung, man kann in der Werkstatt üben und sich weiterbilden und schlossendlich sind wir wie eine grosse Familie. Für meine Lehre muss man mitbringen, keine Angst vor Flammen, keine Angst vor Höhen, keine zwei linke Hände und räumliches Vorstellungsvermögen. Ich bin im zweiten Lehrjahr als Sanitärinstallateur und in meinem Alltag montiere ich nicht nur WC, wie alle meinen, sondern ich schaue, dass Menschen warm und kalt Wasser haben und dass sie sauberes und gereinigtes Trinkwasser haben. Mein Beruf finde ich sehr toll, dass es abwechslungsreich ist, dass ich immer neue Sachen kennenlerne, neue Material, und das macht auch den Beruf mega spannend. Sehr gut, ich bin sehr zufrieden mit meinem Lehrmeister. Er hilft mir sehr in der Lehre und auf der Baustelle habe ich auch ein sehr tolles Team, das mir hilft und immer für mich da ist und mir neue Sachen beibringt. Hoffentlich hat dir diesen Einblick gefallen. We are ready. Bist du es auch? Dann bewischbe dich jetzt.